So, willkommen Freunde, es kann weitergehen. Ich habe gerade gesehen, das Mädel ist da irgendwie die Treppe hochgegangen. Die Eltern, die mit ihren eigenen Kindern schon unzufrieden waren, können überkompensieren. Sie möchten vielleicht nicht, dass sich ihre Gefühle für ihre Eltern in ihren Kindern widerspiegeln, doch Eltern sehen sich danach, mit ihren Nachwuchs Freundschaft zu schließen. Deshalb akzeptieren sie Theorien, die besagen, Liebe sei die Lösung für Konflikte. Sehr philosophischer Ansatz, ja auch nicht verkehrt, aber... Ich muss ja gucken, wie wir hier rauskommen, ne? Weiterkommen. Okay. Warte mal, da ist doch... Oh, nicht hin, ne? Was ist das hier? James N. Wir können, glaube ich, hier nur links rüber. Mal wieder eins dieser Bilder. Hier ist eine bei einer Expedition gestorben. Oh, da ist die Treppe, ne? Oder? Nee, doch nicht. Mann, ey. Mann, ey. Mann, ey, äh... Mann, ey, äh... Mann, ey, äh... Mann, ey, ey. Mal ansehen, was war das hier, was wir uns ansehen sollten. War hier nicht irgendwo eine Treppe? Das Mädel ist doch die Treppe hochgegangen hier. Ich muss ein bisschen schneller gehen hier. Das haben wir ja schon gesehen, da kommen wir zurück. Hier ist ja auch noch mal irgendwas. Ach, das haben wir auch schon gesehen, okay. Ich dachte eben, das wäre die Schranktür. So. Ja, da haben wir auch geguckt. Das haben wir auch untersucht. Die Tür ist verschlossen. Auf jeden Fall muss irgendwo die Treppe sein. Dass das Mädel da auch eine Treppe hochgegangen ist. Wir müssen jetzt auch nicht im Detail alles lesen. Das ist ein Schlüssel. Können wir den Schlüssel nicht nehmen? Da brauchen wir den nicht. Schade. Also viel ist ja hier nicht mehr, was wir machen können oder wo wir hinkönnen. Wir müssen alles durchsuchen. Ah, den Schlüssel. Warum können wir den Schlüssel nicht nehmen? Das sind die ein bisschen dünn. Das wäre doch mal krass. Mal schön Schlüssel finden hier. Ist egal, wo ich hingucke. Nee. War eine Chance. Da ist ein Loch an der Wand. Ah, hier ist die Treppe. Das soll das Mädel hochgelaufen. Was war das? Ist wohl das Mädchen. Wir müssen sie finden. Schallplatte. Was machst du da? Hey. Ist okay. Schallplatte. Lass dich nicht täuschen, Andrew. Er weiß, dass ich dem Richter alles beichten wollte. Nein, halt. Schützt ihr mich? Oh, bitte. Hier stimmt irgendwas nicht. Ich versichere den hier Versammelten, dass der Teufel unsere Stadt verlassen wird. Mit Gottes Gnade wird Little Hope obsiegen. Ihr habt mein Wort. Dieses Gericht tagt eilig, aber aus gutem Grund. Wenn wir Little Hope endlich von der Saat des Bösen befreien wollen, müssen wir rasch handeln. Ich klage dich, Mary, als Hexe an. Was sagt ihr, Reverend? Die Beweise, die meine Untersuchungen erbrachten, sind unstrittig. Mary nutzt die Puppe, um den Teufel anzurufen und ihm zu dienen. Dieses Kind hat uns genarrt mit ihrer falschen Unschuld. Ob dieser Puppe wurde zu Unrecht? Tabitha angeklagt. Gehörte die Puppe doch nur Mary und Mary allein? Sie ließ die Hinrichtung ihrer Schwester geschehen und wohnte ihr schweigend bei. Das ist nicht wahr! Ihr lügt! Nun bezichte ich dieses Kind, diese Satansbrot in ihrer Tollheit, mich, einen Mann Gottes der Falschheit! Andrew, diese Leute sind verrückt geworden. Diese kollektive Hysterie, die Paranoia. Wir müssen eingreifen, den Wahnsinn stoppen. Es war nie meine Absicht, der Stadt zu schaden oder den Bürgern. Könnt ihr mir helfen? Was kann ich tun? Ich würde es aufhalten, wenn ich könnte, aber... Nun, da es ihr an den Kragen geht, er sucht diese Teufelin erneut die Hilfe ihres Meisters. Ich erbitte Gnade. Helft mir in meiner Not. Ich brauche euren Rat. Und es ist das Teufelswerkzeug. Wir müssen das stoppen. In diesem Saal wütet der Wahnsinn. Kava, er ist der Bösewicht. Man hat uns boshaft getäuscht. Ja, gerade da verklagt ja jeder jeden. Und jeder ist eine Hexe und jeder ist ein Zauberer und jeder ist ein Teufel im Mund. Geht uns dazu an, den Teufel zu glauben. Schweig! All dies ist sein Werk. Du täuscht uns nicht mehr. Deine wahren Absichten sind enthüllt. Ich werde diese Stadt vom Bösen befreien. Hör auf ihn. Kava ist der Schuldige. Wie kann ich Little Hope wieder ins Licht führen? Ich fürchte den Reverend und seine Macht. Du musst Kava stoppen. Er ist schuld, klar? Er klagt Mary an, um von sich abzulenken. Ich weiß, was hier zu tun ist. Das ist echt übel, ne? Weil Kava ist wirklich derjenige, der alle als Hexen bezeichnet oder als Hexer. Genug! Was hat dies zu bedeuten? Dies sind wahrlich üble Anschuldigungen. Ihr müsst euch ein paar gewichtigen Fragen stellen. Wie kann ein Mann Gottes auf solcherlei Weise handeln? Mary, dein Leiden hat nun ein Ende. Du darfst jetzt gehen. Narren! Was seid ihr blind? Ihr lasst euch von ihr täuschen? Die Wahrheit starrt euch ins Gesicht. Doch ihr verschließt die Augen. Des Teufels Tochter hat euch alle getäuscht. Doch mich nicht. Ich sehe sie. Ich sehe sie. Satans Metze! Du wirst für deine Taten büßen. Mich zogst du wohl als Ersten in deinen Bann. Doch inzwischen ist ganz Little Hope von dir verhext. Ihr habt mich gerettet. Ohne euch wäre ich tot. Habt Dank. Das werde ich nie vergessen. Ich hab dich nicht gerettet. Ja, ich hab doch von vornherein gesagt, der Pastor, den, ja, kannst du vergessen. Ich bin wirklich beeindruckt. Du hast es richtig gemacht. Du hast den Pastor als Böse entlarvt und Mary gerettet. Ich glaube, jetzt müsste der Nebel sich auch verziehen. Und da müsste eigentlich auch wieder der Fluch aufgehoben sein, oder? Ja, ich meine, dass der leer ist, ist doch klar, der hat drei Freunde verloren. Oh. Was ist das? Das ist auch ein Fehler von uns, ja. Ängstlich. Ringschätzung. Ja, obwohl das hatte ja auch ein Foto vorausgesehen. Dann war es doch ein Fehler, also war sie doch das Böse, ja. Das macht mich jetzt ja betroffen, ey. Ja, aber es ist wie gesagt nur ein Computerspiel. Dachte mir, dass du hier bist. Wir haben viel durchgemacht, was? Ach, daher kannten die beiden sich. Hier gibt's jetzt nur noch Geister. Heißer Tipp. Halt dich da von fern. Verdreht dir den Kopf. Und ich weiß, wovon ich da spreche. Nur zehn Minuten von dir gibt's ein Diner mit einem Telefon. Komm nicht zurück. Hier gibt's nichts mehr für dich. Ich würde hier auch abhauen. Aber er scheint geblieben zu sein als alter Mann. Ach, er ist der Busfahrer. Da saß gar keiner drin. Seid ihr bitte mal still? So kommen wir nicht weiter und finden auch keine Hilfe. Krass. Da war gar keiner im Bus. Wir haben die ganze Zeit nur seine Geschichte gespielt. Wie geht's? Wir haben die ganze Zeit nur ihn selber gespielt. Sorry. Haben Sie unseren Busfahrer gesehen? Was? Er ist weg. Er witzig. Ich glaub, du brauchst einen Drink. Danke. Lieber nicht. Ich brauch einen klaren Kopf. Das ist ja geil. Damit hätte ich dir jetzt überhaupt nicht gerechnet. Quasi der... der... ...Busfahrer so durchgeknallt ist. Was zur Hölle ist da drin los? Hau ab, verdammt! Vorher will ich dir ins Gesicht sehen. Jetzt lass mich rein! Hey! Ich glaube, er kapiert den Ernst der Lage nicht. Alter, voll der Shitzoe, der hat immer die ganzen Leute gesehen, die gar nicht da waren. krass. Das war's. Game over. Alles aus. Für den Moment. Versuchen Sie es ruhig nochmal. Vielleicht geht es diesmal anders aus. So ist das mit Dämonen. Bringt man sie nicht zur Ruhe, jagen sie einen für immer. Ein unglückliches Ende. Oder nicht? Je nachdem, was sie glücklich macht, nicht wahr? Und sie fanden ihn am Ende. Den Busfahrer. Vielleicht lässt er nun die Vergangenheit ruhen. Krasse Geschichte, echt. Unglaublich. Damit hätte ich ja nie gerechnet, ey. Das sei geil gemacht. Das hoffe ich doch. Zumindest noch einmal. Sehr geil, ey. Hammer. Ja, Freunde, wir haben es geschafft. Wir sind durch. Krass, das hätte ich jetzt nicht gedacht. War kurz, aber man könnte es ja nochmal spielen, um ein ganz anderes Ende zu bekommen. War schon sehr, sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Guckt die Teile auf jeden Fall alle durch. Guckt sie zu Ende. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Game, in eurem nächsten Video. Abonniert den Kanal. Liked das Video. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das fandet und wie euer Spiel ausgegangen ist. Ja, und dann würde ich sagen, macht's gut. Das Video. Bis zum nächsten Mal. Tsch trin und tosition. Tschün. allingos. Korne. G comuns.